Moin Leute, ich bin gerade mal eben so auf den Minecraft-Server gegangen und ich muss euch was mega witziges zeigen was ich gerade herausgefunden habe. Denn hier ist jetzt dieses Halloween-Update und Tom ist ja immer so ein Troller und jetzt habe ich voll die lustige Idee gehabt und Leute, das macht mir so mega viel Spaß. Guckt, ihr müsst euch hier einfach die Spieler nehmen und die dann oben in die Schwimmennetze reinwerfen. Das ist voll der Troll, Alter. Warte, warte, warte. Oh, jetzt habe ich so einen Kürbis. Egal, der kommt auch da oben rein. Guckt euch den an, wie er jetzt einfach da oben sitzt und nichts macht und der nächste kommt wieder her. Oh Mann, der ist gerade noch so abgeschwungen. Ja, okay, er ist AFK, aber er kommt noch mal rein. Zack, wenn ich dann... Ah ja, komm her. Rein da. Boah, der ganz oben. Nice one. Alter, wie macht das so viel Spaß? Ich bin so ein dummes Kind, ohne Witz, Leute. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Falls ihr mal Langeweile habt, kommt er rein da. Oh Mann, ich hatte ihn nicht mehr. Alter, Leute, ich verstehe sowas nicht. Warum macht mir sowas Spaß? Ja, er ist da drin. Ich verstehe es nicht. Warum macht mir sowas Spaß? Komm, den erlösen wir hier. Warte, erstmal kommen die ganzen Viecher hier weg. So ein richtig pedertes Video aber einfach. Aber ich wollte, ich konnte euch das einfach nicht vorenthalten. Ich bin eben einfach auf die Idee gekommen, den da mal hochzuwerfen. Es ist so geil. Und oh Mann, ich feiere das. Ja! Jetzt mache ich mir das schon alle nach hier, klein Penner. Oh, ich liebe das. Komm her. Rein da, bitte. Und fließe? Komm. Alter. Bei ihm läuft er auch. Ja, komm. Flieg da rein, bitte. Bitte tu es für den Tor. Komm schon. Ey, warum fliegen die gar nicht? Oh nee, ich will nicht. Ich will nicht. Nee, nee, nee. Ey, jetzt. Alter. Komm rein da. Ja. Ich liebe mich. Oh, er ist dran. Ey, er konnte sich nur befreien. Aber das können wir ja eigentlich nicht zulassen, oder? Nein! Nein, also. Mann! Alter, ohne Witz, Leute. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht. Stellt bitte keine Fragen unter dem Video. Entweder ihr feiert das oder ihr feiert das halt nicht. Oh Mann, jetzt hat er es ausgestellt. Okay, da muss er nochmal dran. Zack. Oh Mann, ich liebe mich für solche Sachen. Lass mir einfach nichts einfällt, was ich zu tun habe. Und dann mache ich sowas. Du springst hier nicht ab. Du fliegst da jetzt auch rein. Oh mein Gott, ist das geil. Und oh Mann. Guckt euch ihn an. Wie er einfach mittendrin sitzt. Oh, heil. Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Ah, kann ich wohl. Oh, aber ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich so behinderte Kürbisse auf dem Kopf. Bam, bam, bam. All den Spinnen. Jetzt rein da. Boah, wieder so ein Pumpkin, ey. Komm rein. Nee, du sollst da rein. Oh Mann, ich treffe den gerade nicht. Jetzt geht er rein. Ja. Mann, Leute. Wie oft soll ich noch sein, dass ich mich für solche Aktionen liebe? Komm jetzt. Du bist auch noch dran. Ey. Nein. Der hat mich gesnackt hier. Jetzt rein da. Ja. Rein da. Ja. Was denken die sich? Egal, Leute. Ich hoffe, euch hat das mal so ein bisschen gefallen. Mir macht das übrigens mega Spaß. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Das war einfach so ein behindertes Zwischenvideo. Aber egal. Tschööö.